Das ist das Hinterzimmer. Mit diesen Hintergründen. Die Politik ist der Ort, wo wir uns ausmachen, wie wir miteinander leben. Und das ist viel größer, dieser Ort, als nur ein Haus mit Zeilen davon und 183 Maxeln, die wir gewählt haben. Die Art und Weise der Medienförderung in Österreich durch Landesregierungen und durch die Bundesregierung ist strukturelle Korruption. Da empfinde ich es dann als meine staatsbürgerliche Pflicht, nicht die Goschen zu halten. Sebastian Kurz, der beispielsweise jetzt auch diese Regeln selbst nicht einhält. Wie kommt man in der Politik trotzdem damit durch, dass die Leute sagen, ist ja okay, passt schon? In der Politik gibt es ja auch jene, die Lüge als eine Form der Professionalität anschauen. Ich konnte mich auch nach sieben Jahren nicht daran gewöhnen, aber das findet dann auch Zustimmung. Menschen wollen auch belogen werden, also nicht alle, aber viele. Die wichtigste Rolle in der Demokratie ist die des Bürgers der Bürgerinnen. Zu sagen, ich kann eh nichts machen, ist kompletter Bullshit. Was kann ich gut? Was mache ich gern? Und wo kann man das heute brauchen? Dort werfe Anker und geh ins Tun. Es ist die Suche nach der Moral der Geschichte. Nach dem Sinn unseres Handelns, in der Politik, wie auch im Leben. Matthias Strolz kennt beides. Aus der Politik ist er ausgestiegen. Über die Herausforderungen des Lebens hat er während des Corona-Lockdowns ein Buch geschrieben. Der ehemalige Nationalratsabgeordnete und NEOS-Mitbegründer hat sich zum Piloten und Gärtner seines Lebens erklärt. Letzte Woche hat er auf Facebook auch seinem Ärger über Inszenierungsblasen der Regierungsspitze Luft gemacht. Flo Rudig hat ihn per Videokonferenz ins Hinterzimmer geladen, das sich im Übrigen ausschließlich über eure Unterstützung finanziert. Mach das bitte weiterhin unter hinterzimmer.tv slash support. Vielen Dank. Matthias Strolz, es ist pünktlich angekommen. Dein neues Buch kommen wir gleich dazu. Danke jedenfalls für die EIL-Zusendung. Gerne. Du bist ja irgendwie so von meiner Wahrnehmung, wir haben jetzt das erste Mal miteinander zu tun, doch ein Podcast-Profi. Also du gibst gern Podcast-Interviews. Ist das ein Format, das dir taugt auch? Oder wo hast du diese Liebe entdeckt? Ja, ich bin ein schlechter Nein-Sager, glaube ich. Es kommen wirklich sehr viele Anfragen und ich schaffe bei weitem nicht alles. Aber gerade um den Dreh herum, wenn natürlich dann ein neues Buch kommt oder so, das ist glaube ich wie bei Bands. Wenn ein neues Album kommt, dann muss man auch ein bisschen auf Tour gehen. Also dann merke ich, dann sage ich gerne auch mehr Termine zu, weil das ist mein Selbstverständnis dann als Autor, dass wenn du sowas auf die Welt bringst, dann willst du auch, dass es Kreise zieht. Und so gesehen freue ich mich natürlich zu Gast zu sein in Podcasts. Das freut mich auch sehr, dass du heute im Hinterzimmer zu Gast bist. Da geht es ja immer ein bisschen um die Hintergründe. Und mich hat fasziniert zuletzt, Klein-Walsertal, Sebastian Kurz, durchbricht sein eigenes verhängtes Veranstaltungsverbot, durchbricht die Abstandsregel. Du hast einem Ärger Luft gemacht und hast danach gemeint, das war jetzt psychohygienisch wichtig. Mit diesem Abstand, den du jetzt schon hast, ist es dann wirklich vorbei oder denkst du da heute noch, was zum Teufel ist da los, dass man den Leuten sowas verkaufen kann? Ja, na, es bewegt mich schon sehr. Also zum einen ruht die Entscheidung, die ich übergeben habe, meine Funktionen in großer Klarheit. Also das ist einfach der richtige Zeitpunkt gewesen, eine starke Nachfolgerin, die Familie braucht mich mehr und präsenter. Also da habe ich meinen großen Frieden. Und dann gab es zwei Verdichtungspunkte in den letzten Jahren, wo ich allerdings in innere Bewegung kam. Als politischer Mensch, das war einmal Ibiza, Jahrestag, gerade vorbei, wo ich einfach gedacht habe, das packe ich jetzt nicht. Das hat sich dann nach drei Wochen ungefähr gelegt und dann kam ein knappes Jahr später Corona. Ich bin so ein Political Animal, ich bin so stark mit dem Kollektiv verbunden, dass wenn da draußen so eine pulsierende Energie unterwegs ist, dann kann ich mich dem nicht ganz entziehen. Dann muss ich immer wieder gut auf mich schauen, dass mich das nicht völlig erfasst und ich dann von dem geritten werde. Und natürlich gibt es dann auch immer massig Interviewanfragen, ob ich jetzt die Dinge nicht kommentieren will. Und ich habe nach den ersten zwei Wochen, wo ich dann doch einige Termine gemacht habe, gesagt, nein, das mache ich nicht mehr. Ich will der Rollenklarheit für mich selbst. Ich bin kein Politiker, auch nicht Ersatzpolitiker mehr. Ich bin Autor, Publizist, Vater, Bürger. In diesen Rollen kann ich auftreten, will ich auftreten. So, und ab und zu übermannt es mich aber so, dass ich zumindest über meine Social-Media-Kanäle mich erleichtern muss. Dann geht es mir noch besser. Da empfinde ich es dann als meine staatsbürgerliche Pflicht, nicht die Goschen zu halten. Dann kann man noch ein Interview anfragen, da tue ich dann wieder sagen, na, na, ich habe gesagt, was zu sagen war und mehr sage ich dazu nicht mehr. Also ich trete nicht ein in innenpolitische Kommentierung in den klassischen Medien, das will ich nicht. Vielleicht könntest du mal erklären mit deinem Wissen und deinem Zugang, wie gewisse Dinge, wie man sich erklären kann, dass die möglich sind. Wie ist es beispielsweise möglich, dass jetzt, du hast selber gesagt, mit Ibiza ein Herr Strache, der die Republik verrät, kommt wieder zurück und die Leute wählen ihn auch, also bei der EU-Wahl zumindest. Oder eine ÖVP überschreitet die Wahlkosten, Obergrenze bei Weitem, kommt dadurch auch mit diesem Mittel zur Macht und bleibt dabei. Ein Sebastian Kurz, der beispielsweise jetzt auch diese Regeln selbst nicht einhält. Wie kommt man in der Politik trotzdem damit durch, dass die Leute sagen, ist ja okay, passt schon? Ja, ich glaube, Politik ist auch sowas wie ein Resonanzphänomen, also nehmen wir das Beispiel Strache her, das Knick damals gebrochen hat ihm ja erst so richtig seine Spesenaffäre. Also der Umstand, dass er auf fremde Kosten mit einer feschen Alten, so seine Diktion, mit einem kleinen Bierbaucherl auf einer Insel hockt, in einer Villa, das ist eigentlich cool. Habe ich gesagt, das wird ihm Stimmen bringen. Das ist ja der feuchte Traum von 30% der Männer. Also auf fremde Kosten, mit einer feschen Alten, mit viel Alkohol auf einer Insel und ein bisschen Bauchl hat er auch noch. Also ich habe nicht nur ich das Problem, er auch. Wow, da sage ich, das ist mein Mann, das ist mein Mann. Also das kann es natürlich nicht offiziell sagen und nicht 30% der Männer werden es offiziell bestätigen. Aber jetzt unterstelle ich mal, mindestens 30% finden das ziemlich geilen Scheiß. Nicht mehr so toll ist es, wenn ich draufkomme, der Rächer der Interabten und der Robin Hood, der Innenpolitik, der Vertreter des kleinen Manns lässt sich einen Teil seiner Miete bezahlen und möglicherweise auch noch die Handtaschen seiner Frau oder was der Teufel, was alles. Da ist Schluss mit lustig. Das finde ich, da fühle ich mich anklogen. Aber man sieht, das sind Resonanzphänomene. Also habe ich ein kleines Bauchl, ich habe eins, bin ich schon ein bisschen ein HC-Versteher. Der hat auch eins, das ist nicht die Slimfit-Abteilung, das ist einer von uns. Dann lügen wir auch alle gelegentlich. Und manche finden Lügen super cool, weil sie auch in Lebenslügen hängen aller Art. Und dann gewinnt halt einer mit Lügen seine Wahlen. Und natürlich die 14 Millionen, die später präsentiert wurden, waren ja auch gelogen zum 2017er Wahlkampf. Das war bei 20 Millionen aufwärts. Ich würde es nicht öffentlich erzählen, wenn ich es nicht dem Sebastian Kurz auch persönlich ausgerichtet hätte, was ich davon halte. Ich habe auch gesagt, ich werde alles tun, damit Medien das recherchieren. Das war mit ein Grund, warum sie später dann in die Medien gegangen sind mit 14 Millionen, was immer noch gelogen war. Aber ich persönlich will mich nicht an die Lüge gewöhnen als Standardinstrument. Habe ich auch schon gelogen in meinem Leben? Jawohl. Gibt es Menschen, die öfter lügen als ich? Jawohl. Hätten die dann einen Mann im Parlament, den sie... Das ist einfach unverfroren gelogen und das ist cool. Das ist eigentlich super scheiß professionell. Also in der Politik gibt es ja auch jene, die Lüge als eine Form der Professionalität anschauen. Ich konnte mich auch nach sieben Jahren nicht daran gewöhnen, aber das findet dann auch Zustimmung. Menschen wollen auch belogen werden. Also beim... Nicht alle, aber viele. Beim Trump... Die Trump-Wähler wissen mit großer Gewissheit, dass sie angelogen werden. Aber da ist ein anderer Trigger da. Beim Trump... Und das Kurzphänomen ist nicht ganz unähnlich. Nicht nur, ist er viel eleganter natürlich unterwegs. Viel charmanter. Aber die sagen, der, der diesen politisch korrekten Diskurs, diesen Verlogenen, der ihn durchbricht, je brutaler, umso besser für mich, den wähle ich. Also anders gesprochen Trump. Die Hillary, die da gesagt hat, wir sind alle gleich. Wir sind alle Egalität, Pluralität, Vielfalt, Minderheitenschutz. Und da gab es wenige, die gesagt haben, ich glaube der Alten nicht. Die, weißt du, der sind irgendwie der letzte schwarze, schwule Rollstuhlfahrer, ist ja wichtiger als ich, weißer, alter Arbeiter. Und dann hat sie bei irgendeiner Gelegenheit sich auch noch verplappert. Hat sie gesagt, ja, die Trump-Wähler sind die Deplorables, also diese Erbärmlichen. An dem Punkt hat es bei den Deplorables ausgesetzt, oder alle, die sich möglicherweise für Deplorables gehalten haben, in den Augen von der Hillary Clinton, haben wir gesagt, ich habe es immer gewusst, die alte. Ich habe es immer gewusst, die Sau. Ja, die lügt mich an, die hat gesagt, wir sind alle gleich, aber eigentlich schaut es auf mich herab. Hält mich nicht für gleichwertig. Und dann sage ich dir eines, der, der herkommt und der aufs Knie scheißt, mit Anlauf, jeden Tag, hemmungslos, der, der das am hemmungslosten macht, den wähle ich. Ob der dann später sagt, I could grab any pussy I want, ich kann jeder Frau in den Schritt greifen, ich könnte jemanden auf der Fifth Avenue erschießen, ist mir scheißegal. Also, Entschuldigung für diese vulgäre Diktion, aber das erklärt das Phänomen. Man muss da schon vulgär auch sprechen, weil es ist ein vulgäres Phänomen. Und, guess what, ich verstehe es teilweise. Ich verstehe es, weil natürlich dieses politisch Korrekte sich auch ein Stück weit ins Krankhafte verkehrt hat. Ins pathologisch Krankhafte. Und deswegen ist eine Gegenreaktion gekommen. Weil seit 1968 ist dieses grüne Meme, dieses linksliberale quasi hegemonial, hat quasi in westlichen Gesellschaften gesagt, wohin die Reise geht. Und was wir seit drei Jahren ungefähr erleben, ist, dass diese Hegemonie, diese Vorherrschaft, die fünf Jahrzehnte gewährt hat, vorbei ist. Und das ist der Dünger, auf dem Bolsonaro in Brasilien steht, der Verrückte in Großbritannien, der kranke, also narzisstisch gestört Kranke in den USA und die elegante Version, wir haben die eleganteste aller Versionen davon in unserem Land. Das ist ja immerhin was. Ich denke, es ist ja immerhin was, finde ich. Was macht denn das mit dem Gewissen? Du hast es einmal nämlich in einer im Nationalrat Debatte, wo es ums Rauchen gegangen ist, 2018, aber es spiegelt sich irgendwie die Systematik immer wieder, hast du wissenschaftliche Studien vorgelegt, wonach zwei bis drei in Österreich pro Tag aufgrund von Passivrauchen sterben. Und du hast gesagt, wenn man das hernimmt, müsste man einen Raucherschutz anders definieren. Kommt jetzt bitte alle raus, macht es den Mund auf und stellt sich dieser sachlich wichtigen Diskussion. Ein Politiker, der sich da zurücknimmt, weil er sagt, ich kann hier nicht mitreden, weil ich vielleicht nicht will oder andere Interessen vertret, die ich nicht publik machen will. Wie kann er es mit seinem Gewissen vereinbaren, dann trotzdem für oder gegen was zu sein, wenn er die sachliche Debatte eigentlich nicht führt, sondern sich einem Machtgefüge hingibt, weil es einem selber vielleicht nützt? Ja, da bin ich der Falsche, weil ich kann das natürlich mutmaßend beantworten, aber das war ja meine Empörung damals auch mit dieser Rede, Frau Ministerin, was ist mit Ihnen oder habt ihr keine Gojones oder was ich was. In der Politik ist natürlich oft, sind die Dinge schwer beurteilbar, weil du weißt nicht, was sind jetzt die Konsequenzen eines langen Gesetzes und so weiter und so fort. Bei dieser Raucher-Debatte ist mir das deswegen so eingefahren und ich rauche auch ab und zu mal Zigaretten, habe ich auch, also ich bin kein militanter Rauchgegner, das ist ein Stück weit die Freiheit des Menschen. Aber eben wenn wir wissenschaftliche Klarheit haben, dass zwei bis drei Menschen pro Tag in Österreich sterben, an Passivrauchen, an den Folgen des Passivrauchens, dann kann man immer noch sagen, glaube ich nicht, vielleicht sind es nur 50 Prozent, dann ist es immer noch einer oder wenn es nur ein Drittel ist, einer pro Tag. Und jetzt stehe ich einmal auf im Parlament und setze mich nieder und entscheide damit, ob diese 300 bis 900 Menschen in Österreich pro Jahr sterben. Das kostet mir einmal aufstehen. Das habe ich nicht gepackt. Und vor allem, dass sie sich dieser Sachdiskussion gar nicht gewidmet haben, sondern dass sie das weggedrückt haben. Wie machen sie es? Ich glaube, dass sie, wenn sie das am Abend dann ihrem Mann, ihrer Frau, ihren Kindern oder in der Früh ihrem Spiegel erzählen müssen oder rechtfertigen, wahrscheinlich würden sie sagen, die Welt ist sehr komplex und alles hat verschiedene Facetten. Und die einen werden gesagt haben, das ist Koalitionsraison. Wir müssen das, obwohl es Bullshit ist, mittragen, weil es der Koalitionspartner will. Einige FPÖ-Abgeordnete werden gesagt haben, du, es bringt uns aber Stimmen. Wir haben das schwarz auf weiß. Es gibt ja ein Drittel der Özerer sind Raucher. Für die sind wir jetzt die Vorkämpfer, wobei es viele Raucher auch gab, die gesagt haben, es ist trotzdem richtig, rauchfreie Gastronomie umzusetzen. Aber natürlich war es in einem gewissen Segment auch ein politischer Wahlkampfschlager, Campaniemäßig. Also du siehst, es gibt viele Argumente, die man haben kann und irgendjemand anderes werden sie sich schon ausgewählt haben, jeweils individuell. Weil du schreibst ja auch in deinem neuen Buch, wenn man sich sozusagen für eine Sache einsetzt, inhaltlich, sachlich, wenn man für etwas kämpft, dann muss man sich zeigen, dann macht man sich angreifbar. Ich habe öfter den Eindruck, dass in der Politik dieses Angreifbare von den Protagonisten als zu vermeidend erkannt wird. Also wenn ich zu viel mit einer Sache nach vorne gehe, bin ich zu angreifbar und könnte auch den parteiinternen Diskurs oder den einen oder anderen Karriere-Schritt nicht nehmen und halte mich deswegen ein bisschen zurück. Also ich zeige mich seltener. Klar. Wo bleibt da dann der Kampf für die Vision, für eine gesamtgesellschaftliche? Zum einen glaube ich, dass die allermeisten Politikerinnen und Politiker und ich glaube von so gut wie allen Parteien eigentlich mit viel Idealismus gestartet sind. Deswegen, das habe ich auch in meiner Abschlussrede dann Ende September 2018 nochmal gesagt, das ist unser Ankerpunkt als Politiker. Es gilt immer wieder an dem Punkt zurückzukehren, dort deine Kraft zu tanken. Was war ursprünglich mein idealistischer Kern? Was war diese reine Energie, die mich in eine Funktion, in eine Branche hineingeführt hat, wo ich sage, natürlich gibt es auch den Applaus und Karriereoptionen, aber es gibt auch dieses Mitampacken, biblisch gesprochen im Weingarten Gottes oder irgendwie soziologisch gesprochen in einer gestalterischen Aufgabe für das große Ganze, für die Gemeinschaft. Und mit dem startet eine jeder und eine jede, glaube ich, größtenteils. Und dann muss man sich Politik so ein bisschen vorstellen wie eine unendlich lange Wachwaschestraße, da gehst du eine und dann kommt von links so ein Propeller und der macht einmal und von rechts und von vorne und von hinten. Du wirst also permanent manipuliert von Sachzwängen, Einflüsterern, Zurufern, Erpressungen aller Art, Verführungen aller Art. Und wenn du jetzt dich nicht an die Parteilinie hältst, dann werde ich dafür sorgen, dass du, Flo, nie mehr auf eine Liste kommst. Diesen Text muss man nicht einmal laut sprechen. Wenn dir der Landeshauptmann auf den Gang tief in die Augen schaut, weißt du, dass er ihn gesprochen hat innerlich. Und dann gibt es halt Kollegen, die sagen, du bist ein bisschen ein Kollegenschwein, ich muss diese depperte Position mittragen und du machst da auf Jesus und sagst, ich kann es mit meinem Herzen nicht vereinbaren. Du bist ein bisschen ein Kollegenschwein, da musst du halt die Krot fressen. Mir schmeckt auch nicht alles. Und im Übrigen finde ich das richtig, dass man dich nicht mehr aufstellt und dann sitzen die Leute daheim und sagen... Also ganz viele Abgeordnete, glaube ich, was siehst du. Also stell dir mal in die Schuhe eines klassischen jungen ÖVP-Funktionärs. Sein Lebenstraum ist es, ins Parlament zu kommen. Und ich glaube, ganz viele sind dann auch ein bisschen frustriert, wenn sie drin sind. Und sagen, ich habe gedacht, dann bin ich quasi im Olymp angekommen. Aber was sie merken ist, na, da sind sie am Anfang Hinterbänkler und da heißt es einmal die Goschen halten, Hände falten, Wurstsemmel holen für die anderen. Da waren sie ganz frustriert, wollten ja laut mit Idealismus die Welt gestalten, müssen jetzt die absurdesten Dinge mittragen. Und dann werden es zunehmend Gefangene. Aber trotzdem, Politik ist toll. Das ist wie das letzte Abend da in einer Vollkasko-Gesellschaft. Hinter jedem Baum ist ein Leben. Was nicht, ist es dir wohlgesonnen? Oder ist es böse? Fallgroben, Stricke, Lianen, Hyänen. Alles dummelt sich. Und jeden Tag ein Kick. Und dann gibt es auch noch Applaus. Und gibt es auch noch ein Salär, das in Ordnung ist. Für manche verdammt viel im Vergleich zu dem, was sie vorher verdient haben. Für andere ein bisschen weniger, aber dafür mehr Bühne. Ja, das wird dann auch ein bisschen zur Droge. Und dann werden sie ambivalent. Sagen sie eigentlich, wie komme ich da raus? So wie im Dschungelcamp. Verdammt nochmal, holt mich hier raus. Andererseits tun sie doch alles, um wieder aufgestellt zu werden. Und so werden sie sehr ambivalent. Und wenn sie dann den Zugang zu diesem eigenen Kern verlieren, zu diesem Punkt, zu ihrer Ursprungsmotivation, dann werden sie auch opportunistisch oder zynisch. Manche gehen in Abhängigkeiten verschiedener Art. Man gibt es unter Chirurgen auch. Politiker ist eine Mischung, also Spitzenpolitiker ist eine Mischung aus Hochleistungssportler, Top-Manager und Schauspieler. Das ist ein unglaublich komplexer Beruf. Den würde man unterschätzen. Schaut alle so trivial aus und die Leute sagen ja, hast du heute schon was gekakelt? Und du sagst, naja, sechs Termine. Nein, ich meine, hast du heute schon was gearbeitet? Ja, aber du, wenn so 16-Stunden-Tage oder 15-Stunden-Tage und da sucht er das Scherl am Abend und dann geht es noch weiter, um 11 Uhr auf Nacht, gibt es noch konspirative Telefonate. Also jedenfalls, wenn du Parteichef bist und wenn halt eine Führungsfunktion auch hast. Oder wenn du sehr ambitioniert bist und die Karriereleiter weiter steigen willst als Abgeordneter. Dann kommst du plötzlich drauf, es geht ja weiter. Wenn ich jetzt quasi aufhörte zu strampeln, dann falle ich zurück und hinaus. Lange Antworten. Ja, 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 aber das ist sehr spannend, weil das ist sozusagen das interne Radl. Und jetzt gibt es die Multiplikation in der medialen Öffentlichkeit. Da scheint momentan doch ein großer Einfluss der Politik auch zu sein, wie die Schlagzeile von morgen aussehen kann. Weil zum Beispiel das Klein-Walsertal war einen Tag in Diskussion, am nächsten Tag durch den Rücktritt Lunacek schon komplett weg. Und jeder Veranstalter, der jetzt bis heute nicht veranstalten kann, wird sich aber daran erinnern, dass der Herr Kutzer Veranstaltung gemacht hat. Wie schafft man es, so einen Einfluss auch zu bekommen in Österreich? In dem Fall war es ein Glücksfall, weil Lunacek war nicht seine Idee, glaube ich, der Rücktritt. Aber gewisse Ereignisse haben einen gewissen News-Cycle, also eine, wenn man so will, eine Daseinskurve, treten auf, gehen in ihren Höhepunkt in der Aufmerksamkeit und flachen dann ab und verschwinden dann wieder. Corona zum Beispiel ist hinaufgeschossen, nein, eigentlich nicht. Die ersten Wochen hat es gedümpelt, hat man gesagt, geht uns nichts an, das ist was Asien betrifft, nicht uns. Und dann ist es über Nacht draufgeschossen und dominiert seit damals einfach auf ganz hohem Niveau. Vor der Migrationskrise 2015 haben wir gesagt, im politischen Geschäft, eigentlich News-Cycle halten sich zwischen vier und zwölf Wochen. Dann kommt die nächste Sau, die durchs Dorf läuft und alles dominiert. Dann kam 2015 und Migration, Flüchtlinge haben plötzlich über drei Jahre alles dominiert, über vier Jahre fast. Jede Wahl in ganz Europa und in vielen Ländern darüber hinaus, das war unglaublich, das war unvorstellbar. Jetzt haben wir Corona, das alles dominiert und innerhalb dieses großen Themas gibt es dann noch Kulminationen von Kleinthemen, Kleinwahlsertal. Und wenn ein anderes Thema wie ein Regierungsmitglied tritt zurück, das erste in dieser Regierung, das verdrängt natürlich im News-Wert das andere Element. Das ist ein Aspekt. Das zweite ist, die Erregungskurven werden natürlich immer kürzer. Und das dritte ist natürlich, dass unsere Regierung ein feines System von struktureller Korruption betreibt. Auch schon frühere Regierungen. Die Art und Weise der Medienförderung in Österreich durch Landesregierungen und durch die Bundesregierung ist strukturelle Korruption. Das habe ich auch immer gesagt. Ich habe das auch immer kombiniert mit der liebevollen Bezeichnung Fürsten der Finsternis für die Landeshauptleute, weil dort ja sehr viel auch an Geldern ausgeschüttet wird, asymmetrisch an Medien, die sie gut behandeln. Und die Bundesregierung eben auch. Das ist klarer Fall von Anfütterung. Sie haben immer gesagt, du redest so schier und das tut unserer Branche nicht gut. Aber wenn es stimmt. Und ihr könnt mich gerne klagen. Ich möchte das gerne vor Gericht ausfechten mit euch. Ich glaube, ich habe gute Argumente. Und ihr seid Fürsten der Finsternis. Und ihr betreibt strukturelle Korruption. Nicht alle im selben Ausmaß, muss ich dazu sagen. Da sind manche Bundesländer viel extremer. Die Stadt Wien ist da extrem, muss man ganz klar sagen. Aber eben die Bundesregierung auch extrem. Ja, und das hat natürlich Effekt. Es ist ja nicht so, dass Geld allein die Welt regiert, aber mit Geld kannst du relativ weit kommen. Auch in der Politik leider. Was lässt dich daran glauben, dass das vielleicht einmal idealistisch schöngeistiger wird, das ganze Konstrukt? Naja, ich glaube ja, diese Sehnsucht, dass es endlich wieder gut wird, das impliziert ja oder unterstellt ja, dass es irgendwann einmal gut war. Ja, ich glaube, in der Politik ist es halt so wie in allen Lebensbereichen. Es gibt Licht und Schatten. Und ich glaube nicht, dass die Politiker die grundsätzlich schlechteren Menschen sind. Und ich glaube, in jedem Schiferein gibt es fragwürdige Charaktere und auch in jeder Partei. Es gibt in jeder Partei ausnahmslos auch Menschen, denen ich eine sehr positive Motivation unterstelle. Auch nach einigen Jahren noch, bei allen Anfechtungen, die es gibt. Und ich glaube, alles, was wir tun können, ist, erstens unseres Amtes zu walten, die wichtigste Rolle in der Demokratie, ist die des Bürgers der Bürgerin. Zu sagen, ich kann eh nichts machen, ist kompletter Bullshit. Natürlich haben Wahlen Konsequenzen. Jene, die sagen, es ist alles gekauft, egal was ich wähle, kommt eh immer dasselbe aus. Nein, das stimmt nicht. Das stimmt nicht. Wir haben natürlich einen Hebel, aber ja, wir sind eine Gemeinschaft von 8,9 Millionen Bürgerinnen und Bürgern. Ich habe eine Stimme davon. Dann gibt es halt Kinder auch noch, die nicht wählen dürfen, in Ordnung. Aber es sind Millionen andere und natürlich wird nicht alles nach meiner Pfeife tanzen. Und ich glaube, es gibt diese Zeiten und jene Zeiten, es gibt auch sehr viel Gutes, was in der Politik aufsteht. Es gibt neue Formen der Partizipation. Es gibt neue Formen von zivilgesellschaftlichem Engagement. Kann einem Fridays for Future gefallen oder nicht? Aber wie lange haben wir gehammert und gesagt, die Jungen sind nicht politisiert. Plötzlich gehen sie auf die Straße, dann sagen wir, sie übertreiben und sie überziehen es. Ja, wann hat die Jugend nicht überzogen? Ich meine, das ist nicht nur das Privileg der Jugend, das ist die Pflicht der Jugend. Die haben halt einen anderen Energieeinschuss wie wir. Und die haben andere Amplituden wie wir Mittelalterlichen. Aber dass sie ein wichtiges Thema mit auf die Agenda national, international gehoben haben, großartig. Innerhalb eines Jahres gestartet von einem Autismus ausgestatteten 16-Jährigen. Also, natürlich bin ich ein Systemiker und sage, es sind systemische Kräfte. Die Weltgeschichte wird nicht von einzelnen Personen gelenkt und an die Wand gefahren. Kommt der Strache irgendwie zu einem Ende? Sagt man, jetzt ist es vorbei? Nein, nein, zehn Jahre später ist, also Georg Haider, zehn Jahre später ist Strache eigentlich noch weiter in den Ergebnissen. Das sind systemische Kräfte am Werken. Also, wenn man so will, ist da im System ein Steckplatz, der von Personen wahrgenommen wird. Und wenn man so will, ist natürlich auch die Greta eingetreten als Person an einem Steckplatz, der systemisch sich ergeben hat und dadurch konnte sie diese Wucht erzeugen. Und natürlich spielen Personen auch eine große Rolle, weil wenn sie es... Also, ich arbeite ja auch bei meinem vorletzten Buch, auch bei dem da jetzt, beim Piloten des Lebens und jetzt Kraft und Inspiration für diese Zeiten, viel mit dem Thema Berufung. Und Aristoteles sagt, deine Berufung liegt dort, wo deine Talente die Bedürfnisse der Zeit treffen. Also, stell dir vor, deine Talente sind wie ein Strom. Und die Bedürfnisse der Zeit sind wie ein Strom. Das fließt. Und dann gibt es einen Punkt, wo sich die zwei kreuzen. Und dort mögest du deine Stadt bauen. Also, was kann ich gut? Was mache ich gern? Und wo kann man das heute brauchen? Dringender denn je? Wichtiger denn je? Dort werfe Anker und gehe ins Tun. Dort ist quasi der Steckplatz der Zeitgeschichte für deine Talente, wo die Bedürfnisse der Zeit sind. Und dann kannst du natürlich als Person Großes mit anschieben. Ist ja überhaupt keine Frage. Es bleibt aber immer eine Aufgabe von Co-Kreation. Eine Person, die allein unterwegs war, hat nie den Lauf der Weltgeschichte verändert. Aber eine Person, die einer Idee, deren Zeit gekommen ist, ihre Stimme geliehen hat, die kann einen unglaublichen Hebel erzeugen. Die kann, keine Ahnung, bist du Facebook-Erfinder, dann hebelst du ein Imperium innerhalb von sieben Jahren. Und du schreibst in dem Buch auch von einem Glücksminister, weil du sagst, wir könnten auch das Glück steigern und nicht nur das BIP. Weil Corona, du hast ja dieses Buch auch in Zeiten von Corona unglaublich schnell geschrieben, habe bei den Menschen eine Sehnsucht nach einer neuen Lebensqualität freigemacht. Als Kenner der ganzen Strukturen und was es dafür braucht, damit sowas passiert. Wie realistisch ist denn das, dass wir aus dem jetzt etwas Positives rausnehmen und nicht noch mehr in das alte Hamsterradl zurückgehen, weil jetzt hast du recht, jetzt müssen wir wieder. Ja, ich glaube, das werden widerstreitende Dynamiken sein. Ein Teil von uns, von der Gesellschaft, von jedem Einzelnen, von Organisationen, von Mustern der Kooperation, von Mustern des politischen Tuns, werden ins Alte zurückdrängen mit Macht. Die werden sagen, wann wird es endlich wieder so, wie es war. Es war doch angenehm, es war gut, es war berechenbar, wir haben uns daran gewohnt, so schlecht war es ja nicht und so weiter und so fort. Und gleichzeitig wird jetzt, in den nächsten Jahren, also wir werden noch viele Folgedetonationen erleben von Corona. Das war erst der Auftakt. Also was hat 2009 folgend Griechenland mit einer Immobilienblase 2008 und davor in den USA zu tun? Also 2008 hätte man gesagt, gar nichts. Haben wir beides nicht gesehen. 2008 gegen Ende haben wir das erste gesehen. Diese Immobilienblase, Subprime Crisis, haben begonnen zu verstehen, warum platzt irgendwo Lehman Brothers. Und dann plötzlich wurde Griechenland zum Problem. 2011 hätte dir ziemlich jeder auf der Straße erklären können, dass das eigentlich zusammengehört. Das heißt, wir werden in drei Jahren Dinge erklären können, Folgedetonationen, von denen wir heute nicht den geringsten Schimmer haben. Nicht einmal einen Funken, eine Idee, dass das miteinander zusammenhängt. Aber klar ist, wir haben, also Österreich sind wir mit einem blauen Auge davongekommen auf der Gesundheitsflanke. Bislang. Also, Klammern jetzt mal aus, zweite, dritte Welle, die ja auch möglich ist. Aber die Verwerfungen wirtschaftlicher, gesellschaftlicher, politischer Art, die werden jedes Land ausnahmslos in großer Wucht erfassen. Das wird nicht über Nacht kommen und dann ist da, das wird sich Schritt für Schritt hereinbewegen in unseren Alltag. Und wir werden natürlich in den Geschichtsbüchern lesen können, dass das unter anderem durch den Corona-Shutdown verursacht war, was auch immer. Es ist der größte Einschnitt in unser Leben seit drei Generationen. Es ist die größte Irritation seit drei Generationen. Und die Irritation ist die Mutter der Innovation. Das heißt, verdammt viel Irritation bedeutet verdammt viel Innovation. Das heißt, es wird so viel Neues aufstehen, im Guten und im Schlechten, wie nie zuvor in der Geschichte unserer Generation oder der jetzt lebenden Generationen. Ausgenommen jene, die nach dem Zweiten Weltkrieg mitgemacht haben, unmittelbar die Aufbauzeit danach. Und es wird Gutes und Schlechtes wachsen. Wir werden sogar darüber streiten, was ist gut und schlecht. Und unser individueller Beitrag kann sein, dass wir das Gute, das Licht füttern. Weil groß wachsen, noch größer wachsen wird das, was wir füttern. Erwachsen wird alles, aber richtig fett wachsen wird das, was wir füttern und düngen und kultivieren. Und das ist unsere staatsbürgerliche Pflicht, unsere menschliche Pflicht. Und wenn ich von einem Zukunftsminister, in dem Fall von einer Glücksministerin spreche, ich glaube, wir alle haben gespürt, es gab sowas wie eine ganz diffuse in den westlichen Ländern. Ich habe sowas nicht gespürt. Ich war kurz vor dem Shutdown in Südafrika. Ich war Anfang des Jahres in Vietnam. Dort habe ich andere Vibrations wahrgenommen. Aber in den westlichen Zivilisationen oder sehr westlich geprägten, habe ich eine tiefe Sehnsucht nach Krise wahrgenommen die letzten Jahre. Wir haben uns nach der Krise gesehnt. Wir haben das Gefühl gehabt, es braucht eine Krise. Natürlich, ich schreibe im letzten Buch jetzt Kraft, Inspiration für diese Zeiten auch darüber. Das war eine Verwechslung, weil wir haben uns nicht nach Krise gesehnt, sondern danach, dass es anders wird. Aber wir haben intuitiv gewusst, damit es anders werden kann, braucht es eine Krise. Sonst haben wir gar nicht die Kraft und den Mut, die Entschlossenheit, das Alte loszulassen, weil wir so fett eingerichtet sind, materialistisch. Und es geht uns ja irgendwie eh gut. Und jetzt kommt das Leben und schlägt uns den Alltag aus der Hand mit Macht. Wow. Jetzt haben wir plötzlich, only a empty hand can receive, nur eine leere Hand kann empfangen. Jetzt haben wir plötzlich die Gelegenheit, einmalig, never waste a good crisis, die einmalige Gelegenheit, neue Dinge in die Hand zu nehmen. Und ja, deswegen sage ich, ja eine Glücksministerin, warum nicht ein Glücksminister? Ist kein esoterischer Bullshit. 2014 habe ich das im Parlament schon präsentiert, habe ich gesagt, nicht das Bruttoinlandsprodukt darf unser zentraler Steuerungsindikator sein. Was bitteschön ist das für eine Gesellschaft, die als zentralen Leitindikator eine Messgröße hat, die sich freut, wenn du auf dem Heimweg einen Unfall hast. Wenn die Christine einen Unfall hat, der Florian. Je größer der Unfall von der Christine, umso mehr jubelt das BIP. Das BIP Bruttoinlandsprodukt sagt, super, nicht nur Blechschaden, sondern Krankenhausaufenthalt und bitte noch in die Röhre einschicken und möglichst lang an lebenserhaltenden Maßnahmen. Das BIP jubelt. Es jubelt. Und jetzt frage ich dich, ist das unser Ernst? Also kann das die zentrale Steuerungsgröße unserer Gesellschaft sein? Ist uns nichts Besseres eingefallen? Und jetzt bin ich ein Liberaler und ein sozial-ökologischer Marktwirtschaftler. Ich glaube an die Marktwirtschaft. Sie braucht ein klares Gegenüber, einen entschlossenen Staat, der sagt, aber wir haben soziale Aspekte, ökologische Aspekte, die werden wir einpreisen, die werden wir fordern. Der Markt regelt nicht alles. Die unsichtbare Hand des Marktes gibt es, aber die gibt es nicht überall. Und nicht überall, wo sie Hand anlegt, ist es sinnvoll. So, nehmen wir das BIP, degradieren wir es als eine von zum Beispiel 36 Steuerungsgrößen, holen wir herein, Dinge, die wir alle mit Statistiken messen können. Umweltqualität, Rechtsstaatlichkeit, Familie, Bildung, Sozialausgaben, binden das zusammen zu einem neuen Wohlstandsindikator. Und dann kommen Leute daher und sagen, das ist ja naiv. Nein, es wächst. Die Schotten sind schon dran, von oberster Stelle. Die Narzelina sind dran, eine großartige Regierungschefin. Die UNO bietet uns an, einen Sustainability Index. Nein, es haben viele gescheite Menschen, viel gescheitere als ich, nachgedacht. Manche haben Konzeptionen vorgelegt, andere sind schon am Umsetzen. Und warum könnte Österreich hier nicht vorangehen? Wir sind ja sonst auch ab und zu Vorangeher. Ja, wir wollen den Eurovision Song Contest gewinnen und wollen beim Skifahren erstes sein. Ja, warum nicht Glücksminister? Da muss nicht Bhutan-Style sein. Die haben das Glücksnetto-Produkt quasi, das sie vermessen für ihren Start. Aber es ist schwer vergleichbar mit uns. Aber mit Nordseeland und mit Schottland, so weit weg sind die nicht von der gesellschaftlichen Konzeption. Letzte Frage, weil du musst gleich weiter, aber weil du angesprochen hast, Song Contest und Skifahren Nummer 1, das waren meistens Einzelpersonen mit ihren kleinen Teams, die Österreich zum Herzeigebeispiel gemacht haben. Da steckt selten ein sehr erfolgreiches System dahinter, sondern das sind meistens Einzelinitiativen. Ja, weiß ich nicht. Also wir sagen ja, im Sport sagen wir nicht nur die Sportpolitik, sondern auch die Vereine bekennen sich dazu, wir brauchen Spitzensport und wir brauchen Breitensport. Und beides sind aufschaukelnde Gefäße. Der Spitzensport zieht mehr Menschen in den Breitensport. Wenn Dominik Thiem unter die Top 3 marschiert weltweit, dann nehmen die Tennisspieler in Österreich plötzlich zu. Wenn wir niemanden unter den Top 30 haben oder Top 100, dann nimmt der Anzahl der Tennisspielerinnen und Spieler in Österreich ab. Wir sind deswegen so gut im Skifahren, weil halt das ganze Land Skifahrt. Und was ich weiß, Jamaika war deswegen nicht so gut im Popfahren, weil das nicht so ein Breitensport ist. Und ich glaube schon, dass es eben die Zivilgesellschaft braucht, wenn wir jetzt auf die Politik schauen, dass die, wenn wir auch gesellschaftlich aktiv sind, dann übersetzt sich dieses positive Momentum auch bis an die Spitze. Davon bin ich zutiefst überzeugt. Und zum Thema Glücksminister, Ministerin, wenn jeder von uns begreift, dass er für sich selbst auch der Glücksminister ist, die Glücksministerin, volle Ressortzuständigkeit hat für sein eigenes Glück, dann heißt das nicht, der Staat hat keine Aufgabe mehr, sondern dann macht es eigentlich wahrscheinlicher den Umstand, dass wir sogar in der nächsten Regierung einen Glücksminister haben. Weil natürlich ist Glück hochindividuell. So wie Familie. Aber wir sagen nicht, wie du deine Familie lebst, ist zwar deine individuelle Angelegenheit. Sagen wir nicht, deswegen schaffen wir das Familienministerium ab, deswegen brauchen wir es nicht. Die Glücksforschung hat uns mittlerweile wissenschaftlich gezeigt, dass Glück natürlich eine höchst individuelle Angelegenheit ist, aber gleichzeitig wissen wir mittlerweile um Parameter, die auch Gesellschaften insgesamt glücklicher machen und die damit die Rahmenbedingungen optimieren, um persönliches Glück wahrscheinlicher zu machen. Und das ist die Aufgabe von Politik. Politik, immer wieder, als Spitzenpolitik, als zivilgesellschaftliches Engagement, als Mitglied der Harmoniemusik Wald am Adlberg, genauso wie der Fahrerwehr Dallas oder Neussiedl am See, das ist alles für mich Politik. Politik ist der Ort, wo wir uns ausmachen, wie wir miteinander leben. Und das ist viel größer, dieser Ort, als nur ein Haus mit Zeilen davor und 183 Maxeln, die wir gewählt haben. Nein, Politik findet jeden Tag und zwar überall statt, wo sich mehr als zwei Menschen treffen. Und du kannst sagen, was dein Beitrag ist und der soll dir taugen und jeder kann was anderes. Der eine ist begnadet für eine Elterninitiative im Kindergarten. Die nächste ist begnadet für eine, keine Ahnung, das Kuchenbuffet mit ihrem Ehemann gemeinsam zu organisieren beim Elternsprechtag und wir spenden das der Krebshilfe. I don't know. Der nächste sagt, I'm Fridays for Future. Die übernächste sagt, ich bin irgendwo mehr direkte Demokratie und ein Volksbegehren. Die übernächste sagt, ich kette mich am Bayern, der Heimburger auch. Wir sind vielfältig, aber jeder ist unter Genieverdacht als Staatsbürger für mich. Jeder kann was tun. Jeder und jede. Ausnahmslos. Nach seiner Fasson, nach ihrer Fasson und jeder woanders und in seiner ganz eigenen Note, weil wir sind schöpferische Wesen, wir Menschen und wir sind jeder und jede für sich einmalig. Das ist das große Wunder. Darum haben wir heute einen Podcast aufgenommen. Matthias, herzlichen Dank, das war sehr unterhaltsam. Ja, dankeschön. Ich grüße ins Hinterzimmer und grüße alle Zuhörerinnen, Zuschauer. Schön, dass ihr da seid und alles Gute. Heiter weiter. Hashtag heiter weiter. Dir gefällt das Hinterzimmer? Dann jetzt abonnieren, beziehungsweise alle Kanalvideos des Hinterzimmers anschauen und wir sind natürlich auch hörbar auf Spotify, Google Podcasts, Apple Podcasts. Bewerten, kommentieren und abonnieren. Würde uns freuen. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Untertitelung des ZDF, 2020